hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge 7 days to die falsche kiste so und zwar was wollen wir da reintun das will ich reintun das 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 wir legen ein paar sachen ab die wir jetzt echt nicht mehr brauchen ich habe zwischen den folgen 2000 erde noch geholt so das will ich mitnehmen mitnehmen fahrrad wichtig das wird heute zum einsatz kommen schmerztabletten habe ich jetzt habe ich jetzt tatsächlich habe ich eh nicht komische sachen da reingelegt so da würde ich würde ich sagen das nehmen wir mit wobei so viel brauchen wir ja nicht das brauchen eigentlich alles nicht so viel das holz kommt auch da rein da haben eine ganze menge federn das ist gut da wollte ich ja hier wollte ich ja schauen also wir haben eine nahrung so immer die gekochten er auch mit kommen die wenn wir zusammen essen so und dann der verband so und die erde da ist schon durch dann immer die hälfte der erde hier so da ist stahl durch super dann lassen wir das so und hier bei den baumaterialien hätte ich gesagt dass oh mein gott die schmerzmittel kann ich da reintun so holz hier ein super 18 uhr eine schnelle ausfahrt das geht sich definitiv noch aus und zwar schauen wir mal kann ich da ähnlich ach komm wir stellen uns unten hin beim fahrrad fahren so aber die wachsen immer ja endlich wieder mit fahrrad unterwegs hier ja wie cool so der ort naja erd aushub platz so ich möchte in die richtung fahren weil moment 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 wobei fahren wir mal da geradeaus oder da sind auch noch privathäuser da könnte man auch rüber fahren wir mal geradeaus und dann links so da ist auch eine lootsäule das ist super ich hätte gesagt bevor wir dann nach hause gehen schauen uns noch ein wenig um oder zimmer nach vorne lisa war man da schon drin ich glaube nicht hallo wenn es gleich doch da waren wir schon drin so was haben wir denn da so viele coole sachen hier und toller lud das könnte man nicht auseinander nehmen aber wir haben ja inzwischen gelernt hier drinnen ist der abgang zur loot box das kennt man das könnte man noch machen das machen wir das machen wir das wird super noch schnell vor dem abend ein wenig schaufeln ja das hat sich so richtig ausgezahlt jetzt die stahlschaufel so ja guter kaktus muss leider auch weg in den usa muss man strafen zahlen wenn man diese riesen kaktien irgendwie beschädigt kaputt macht oder sonst irgendwas da gibt es echt hohe strafen habe ich gehört 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 gelesen habe ich das so dieses mausrad wird mich einst töten und dann werde ich die maus austauschen so wir werden das alles hier wegnehmen genau ich will von der leiter nicht runter es ist die angst die mich zurück geht so ja und dann helfen wir mal holen das ist wunderbar ob ich das aufkriege ohne jemanden aufzuwecken habe ich überhaupt habe ich überhaupt welche mit sagt bloß das geht mit einem hammer wahnsinn wow 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 spiderman 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 was hältst du aus wahnsinn wow Oh, ich glaube, ich muss sie erschießen. Ja, und da kommt jetzt das Mausrad. Ich bin infiziert, verdammt. Das habe ich schon gelesen, oder? Deswegen ist ja das Buch offen, oder? 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 So, Lederstiefel 2, Lederstiefel 1. Dann machen wir es so, und jetzt geht es wieder. Was? Wieso? Ihr müsst hier nicht klopfen. Es ist 19 Uhr. Verdammt. Wir machen das ein anderes Mal. Immerhin. Bin ich infiziert. Dö, 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 dö. Wieso bin ich in Überla... Oh, oh, oh. Okay. Ja, das kann ich mal essen. Okay. So, ja, dann würde ich mal sagen... Okay, ich brauche Antibiotika. Wir werden in der Nacht wieder losfahren. Dö, 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 dö. Dö, 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 dö. War da nicht irgendwo auch ein Bunker? Da war doch irgendwo auch ein Bunker. Dö, 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 dö. So. Ja, da müssen wir Medikamente nehmen, bevor es schlimmer wird. Da, 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 da. So. Aber mit dem Fahrrad... Ja, ich weiß wegen der Ausdauer. Ich kann gerade nicht echt so richtig beschleunigen. Aber das Fahrrad, das macht schon viel einfacher. Viel, viel einfacher. So. Fahrrad nämlich mit. Dankeschön. Dö, 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 dö. So. Und da... Nein. Falsche Gäste. Und da muss er irgendwo... Da. Oder? Vitamine. Hm. Das da? Ja. Antibiotika. Wobei, ich nehme Honig. Hm. So, schauen wir mal. Ausdauer wird verringert. Du hast eine behandelte leichte Infektion. Ist das früher auch immer so genau da gestanden? Ich kann mich da überhaupt nicht mehr erinnern. Ich könnte die Dauer erhöhen. Ja, warum nicht? Ich nehme noch mehr Honig. Aber du musst nicht noch mehr Honig nehmen. Aber ich weh. So. Das weg. Das weg. Ja, ja. So. Wow. Wow. Das ist gut. So. Das legen wir da rein. Äh. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Der nicht. Den nehmen wir uns diesmal mit. So. Ähm. Werkzeuge. Äh. Das ist mein eigener, nehme ich an. So. Dann haben wir den hier. Das Hämmerchen. Die Spitzhacke. Super. Jetzt bin ich durstig auch noch. Ähm. Wo waren wir da? Hier, hier, hier. Ein Vierermesser. Wahnsinn. Das müssen wir natürlich hier. Äh. Nö. Verändern. So. Da. Super, oder? Ja. Mit dem Vierermesser wird es gleich besser gehen. So. Da werden wir uns beim Aufschlitzen leichter tun. So. Muni hier rein. Moment. Ja. So. D, 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 d. Dann haben wir da Dose, Dose, Dose. Hier Dose. So. Kaffee. So. Was brauchen wir noch? Wir haben da oben Mods. Äh. Die werden wir uns später anschauen. Des Nächten wieder. So. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir brauchen hier Dose, Dose, Dose. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Und da haben wir so ein Büchlein. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das können wir auch gleich anwenden. So. Dankeschön. So. Dann haben wir das hier. Das hier. Erde und Sand. Erde und Sand. Erde und Sand. So. Was ist mit dem? Eisenbrustpanzer. Was habe ich denn da eigentlich? Ich habe das da. Ja. Das will ich haben. Wie sieht es aus mit den Stiefeln des Leders? So. Die Graubäustiefel. 8, 12. Beweglichkeit 0. Und die haben 8, 16. Beweglichkeit minus 4. Dann kommen die genauso weg. So. Die kommen da ins Kistchen. Da da da. Da da da. Da da da. Da da da. Super. Messerchen dabei. Das leere Glas kann man wegräumen. Nämlich hier. So. Wir sind nur noch hungrig. Weil 44. So. Dann essen wir da mal. Ja. Passt. So. Wir könnten natürlich. Hier. Healing Faktor. Ah. Könnte man noch mehr. Aber egal. So. Ich freue mich ja schon. Weil in dieser Folge. Wir haben ein wenig auch in der Nacht herumwurscht. Es wird gut. Ja. Die nehmen wir da rein. So. Ausdauer. Wird gut. Komm. Ich esse von dem Zeug auch noch irgendwas. Wir werden das benutzen. Und wir werden das hier benutzen. Die Dose räumen wir da weg. Super. Ah. Schön. Wir haben nur noch Geringzeit. Geringzeit. So. Fahrrad. Bis zum Folgenende jetzt. Ja. Das muss ich auch noch irgendwann mal machen. Da kürzen. Nämlich die Rampe nach oben. Hm. So. Ich hoffe wir fahren auf keine so eine Tretmine. Das wäre etwas unangenehm. Das wäre etwas unangenehm. Ja. Ja. Das wäre etwas unangenehm. Das wäre etwas unangenehm. Da höre ich schon eine nette Dame röcheln. So, hier ins Kopie schauen. Ja, ist okay. Ich habe das Gefühl, gleich kommt was. So. Ja, ganz okay. Nehmen wir hier den Stoff mit. Was ist das da hinten? Den nehmen wir mit. Eigentlich wollte ich ja ursprünglich aus dem Stoff noch Verbände. Genau. Und das können wir auch gleich verwenden. So. Ja, ja, wir sind es gleich. Ich komme gleich zu euch ein. Oh, ein Hündchen. Hier wohnt ein Hündchen. Diesmal bin ich vorbereitet. Deswegen habe ich schon wieder die Axt in der Hand. Genau. Oh mein Gott. Oh, wo, 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 wo? So. Und trinken würde ich auch gleich. Oh, 68. Das ist schon wenig. War ich bei dem Haus? Ja. Ja. Da ist doch irgendwo ein Hund drin. Irgendwo liegt ein Hund begraben. Oh. Oh. So. Das heißt, da drin ist ein Hund. Okay. Komm, ich will ihn tanzen sehen. Ja, jetzt komm. Jetzt. So. Yeah. Yeah. Ja. So. Gut, so toll war das Tanzen von ihm jetzt auch nicht. Eine Hundebox. Oh. Die wollen das doch sicher nicht. Und wir alle wissen, dass da ein Hund drin ist. So. Moment. 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 Oh. Oh ja. So. Da haben wir alles gelootet. 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 Ich will mich so lange blöd spielen. Da ist der Cowboy auch. So. Das werde ich aber mit dem mal austauschen. Äh. Scrappen. Ja. Die kann man inzwischen auch schon scrappen. Scrappen. Wir brauchen ja Platz. Nein. Die will ich nicht scrappen. So. Ach so. So. Aber sie haben einen Hund. Okay. Verdammt. Dann nicht. So. Oh Schock. So. Die Kirchenbank. Okay. Ein Rezept. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Auf die Maschine. Kaffeeautomat. Super. Sehr gut so. Sogar ein wenig Money dabei. Tja. So. Wir werden dann mal da kurz raus. Weil das war halt hier abstellen. Das ist sehr gut. Okay. Und dann werden wir da mal Sachen reinlegen. Das hättest du alles noch scrappen können. Ja. So. Ich vermute hier. Wo ist dieser verdammte Hund? Kampfanzug. Oh, schön. Ein Rock. Ja. So. Ding. Ja. Okay. Den nehmen wir uns aber auf. Wo ist dieser verdammte Hund? Okay. Komisch. Nicht komisch. Komisch. 21.38 Uhr. Wo war dieser verdammte Hund? Schnell noch eine Wheelie hingelegt. So. Also. Ja, 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 ja. Das kann man scrappen. Ja. Man kann insgesamt ziemlich viel scrappen. So. Da kann man was Gutes trinken. Und da werden wir das andere Ei auch noch verzehren. Und ich bin der Meinung, genau, ich muss das hier verändern. Und zwar möchte ich das rausnehmen. Ups. So. Das kann ich jetzt scrappen. Genau. Und ich habe ja an, ich habe ja an, den hier. So. Verändern. Da kommt dieser Slot rein. Und ich kann von mir aus auch eine Farbe erhintun. Oh, er sieht doch gleich besser aus. So. Hey. Super, oder? Ich trage ihn nämlich. Verdammt. Okay. Oh. Fast vergessen. So. Dann mal schön am Abend. Noch eine schöne Raddour am Abend. Oh, wie schön. Wenn die Lichter aufgedreht werden. Da hätte man eine Lootbox gehabt. Da hätte man alles reinwerfen können. Ja, es würde mich schon interessieren. Es würde mich schon interessieren. Ich gebe es ja zu. Ja, dieses Bärden. So. Aber. Ich würde dann sagen, meine Lieben, das war es für die heutige Folge. Ich bedanke mich für's dabei sein und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Bye.